Mein Mann ist das erste Mal aufgefallen, also ich bin immer das erste Mal aufgefahren, aber das war, weil ich, ich habe ihn nicht gesehen, ich war mit meiner Hücke zu ihm. Ich glaube an seinem Geburtstag, also da hat er irgendwie einen Party gehabt und dann habe ich ihm, da ist er mir so richtig aber zum ersten Mal aufgefahren, er war ja das Geburtstagskind. Klar, es gibt schon Sachen so irgendwie, am Anfang war er so richtig arabisch faul, aber das ist schon nicht mehr so. Also da war halt irgendwie, er war es nicht gewohnt zum Beispiel abzuwaschen oder so. Das hat es nicht gebraucht, aber jetzt macht er mich im Haushalt wie ich, also das ist, jetzt ist er europäischer als ich. Also mir fällt ab und zu die Wärme, also nicht die Wärme vom Land, sondern von den Leuten. Also es ist einfach, also es ist nicht so, dass es nur so ist. Es gibt, wir haben vor allem im Blend mega, mega liebe Leute. Aber es ist schon, ja, also wir hatten mit Nachbarn und so schon auch mal Ärger. Irgendwie, was ich in Holland nicht kenne. In Holland kann man auch super zusammenleben, ohne dass man irgendwie einen Zettel auf der Tür kleben muss, dass irgendwie die Wäsche zu lange hängt oder so. Ja, klar. Das kenne ich nicht so.